Unlabel Mode jenseits von Kategorien ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Master Art Education Curatorial Studies an der Zürcher Hochschule der Künste und dem Museum für Gestaltung Zürich. Die Studierenden haben im Herbstsemester 2018 im Wettbewerb fünf Ausstellungsprojekte entwickelt, von denen dieses dann zur Umsetzung ausgesucht wurde. Im Frühlingssemester haben 18 Studierende gemeinsam das Projekt Unlabel vom Ausführungskonzept bis zur Eröffnung gemeinsam auf die Beine gestellt. Die Kuratorinnen, Vermittlerinnen und Szenografen der Ausstellung Unlabel beschäftigen sich mit den Fragen, woher Stereotypen in der Mode kommen. Warum tragen Jungs blau und Mädchen rosa. Mode und Kleidung dient uns hier als Bezugspunkt, um mit den BesucherInnen ins Gespräch zu kommen. Unlabel möchte einen Ort des offenen Diskurses erschaffen. Es werden acht Positionen gezeigt aus dem Modedesign, dem Produktdesign und eine künstlerische Arbeit. Warum wählen Studierende ein solches Thema? Wir können es als Seismograph begreifen, wenn zukünftige Kuratorinnen und VermittlerInnen Themen aufgreifen, die die Gesellschaft in ihrer ganzen Heterogenität betreffen und damit gegen Kategorisierungen und Stereotypen angehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.